weil ich voll hunk jetzt schon wieder raus bin ich weiß nicht was das soll es passiert mir ständig hier in dieser welt habe ich gerade mal kurz einfach geschnitten was ist das denn wieso habe ich nicht gesehen vorhin was passiert hier war mir nicht so blöd so was willst du dann lust auf etwas körperliche ertüchtigung nein danke doch benjo gut ich heiße herr fit und der name ist programm ich bin super fit aber ich überlasse dir meine fitnessgold medaille wenn du mich in drei disziplin besiegt das ist es wirklich die erste disziplin ist wie du siehst hochsprung die stange markiert meine bestleistung du musst nur höher sein springen oder moment wo ist die stange ich weiß gar nicht was ich überhaupt machen soll was ist jetzt eigentlich meine aufgabe ich muss doch darüber springen wie soll ich darüber kommen sagt mir das aber spring über die stange wie springe ich denn kann ich klettern nein natürlich nicht das ist ja auch eine sinne sache ich kenne doch nur diesen sprung aber den schaffe ich nicht noch höher ach ich denke mal ich muss da benjo irgendwie loswerden dann mit kazooie alleine rüber das schaffe ich noch nicht so na gut das war schade ich will immer noch eigentlich zu warum bau oder wie sie hieß immerhin habe ich mich schon ein bisschen an den namen erinnert jetzt ja ne hier unten war glaube ich nix dann gehe ich direkt hier rein und dann auf der anderen seite wieder raus denn da ist die flugplatte aber die welt ist jetzt durchaus um einiges sympathischer als die letzte wo man gleich zu beginn beschossen wurde auch wenn es hier nicht ganz so nett ist dass man nicht frei rumlaufen kann denn ständig wird man von solchen dingern verprügelt die nicht mehr irgendwie gescheite lebensformen darstellen irgendwie muss dann da durchkommen ich weiß gar nicht mal wo es war doch ich glaube schon jetzt ich höre ein globo aber wieso wieso gibt es hier so viele jetzt komme ich aber nicht mehr hoch ja genial toll gemacht ja genial gehen wir mal da raus und weh das war jetzt gerade der gang wo ich herkam das spiel ist so ein spiel hat mich noch nie so verwirrt so ein spiel ein spiel das verwirrt ja genau hier ist die flugplatte es geht doch es geht doch jetzt will ich mal kurz gucken was hier oben ist oh nein sie schießt ich hab's gewusst diese pflanze von grunti mit augen schießt sie was zum teufel und was bringt mir das hier ich sehe irgendwie keinen sinn hinter einigen dingen die es hier so zu begutachten gibt wo war denn jetzt bei wumba habe ich sie wieder aus den augen verloren die mülltonne ist aber hier da ist wumba ganz sachte diesmal aber den vogel da links den keine ahnung ob ich den jemals besiegen werde ich hab mal kurz in der pause guckt ob es irgendwie so ein button cheat gibt hier im project 64 emulator aber irgendwie habe ich da keinen gefunden was sehr schade ist ich glaube beim nintendo emulator bei dem nes habe ich da mal sowas gesehen aber hier irgendwie nicht ich glaube ich muss erst ein globo geben komm du auf dem globo wollen sie das humba humba hieß sie nicht humba humba ah humba natürlich ich werfe uns einfach hinein dass sie auch immer wieder den selben dialog wiederholen müssen dem fällt echt nichts besseres ein ach ich musste reinspringen ich bin doch so blöd also heute bin ich echt auf der leitung ich bin halt gewohnt was das ist doch mumbo zauber das mumbo mich verzaubert biene die drücken arm zu springen die biene ist genial aber warum nochmal alte karmel dass sie nicht mal gesagt dass sie irgendwie den zauber geklaut hat aber der ist geil das muss man schon sagen das ist ein sehr schöner zauber schöne wandlung vielleicht kann ich jetzt irgendwie ich möchte erstmal umgucken am besten aber ich wollte auch diese pflanze nochmal besuchen von Kunti wo war sie denn war sie so weit oben äh nein irgendwie nicht ich guck mal ganz oben bei Baninjo Katsui gab es in dieser Welt dann Puzzleteile ganz oben hier ist eine Freiheitsstatue nein nur was Katsui nein was ist das nichts was ich gebrauchen kann im Moment jedenfalls schauen wir uns noch ein bisschen um was haben wir da oben ist keine Musik das ist auch blöd kann ich schwimmen das ist jetzt eine interessante Frage ne kann ich natürlich nicht wieso hat die Laser eben gehabt was ist das für was sind das für Viecher was sind das für Viecher was haben wir hier salam komm ich da vielleicht rein ein Puzzleteil auf der Tür das ist vielversprechend aber wie komm ich da rein oh sie läuft so langsam oh das ist mal eine Überraschung cool vielleicht kann ich das ist der Nachteil der Biene hier die kann ich kämpfen aber sonst ist sie perfekt hier war ich noch nicht hier war ich noch nicht aber irgendwie bringt es das auch nicht wie gesagt ich brauche nur noch 3 Puzzleteile dann bin ich auch erstmal hier raus vielleicht gucke ich mich auch erstmal um ob ich irgendwo eins finde und dann zeige ich euch wie ich es so sonst mache ich hier wieder tausend Videos und komme nicht voran das kennen wir schon jetzt gucke ich erstmal hier oben auf der Mülltonne wow da ist hier noch ein Wahnsinn die schmeißen hier ja mit den leeren Honigbarben um sich warum nicht immer so das ist ja schon fast so ein ach das ist eine Gegnerin aber ich kann sie nicht besiegen als Biene somit ist klar unser nächster äh ich werde mal wieder Halt machen bei Frau Honigbini die mir neue Honigbarben geben kann wenn jetzt hier noch eine wäre würde ich eh lachen aber ne hier nicht auch noch Katsui ach da komme ich gar nicht rein genial ist na gut dann verwandle ich mich zurück und schaue mal kurz nach wo wir noch 3 Puzzleteile schon haben und wenn ich jetzt irgendwann mal hier reinkomme kann ich das auch in die Tat umsetzen das eben gesagt aber wahrscheinlich sterb ich bis da nein es war kein Gegner vorhin ich bin das selber gewesen mit der Lebensanzeige habe ich irgendwie missdeutet lass mich doch nur da rein du blödes Vieh Mann gut Wumba Wumba Swigwam warum heißt sie dann Humba kann mir das einer erklären kein Schimmer das ist sehr seltsam ok dann sage ich mal tschüss bis zum nächsten Mal w w w w w w w